Seelentiefe Hören ist ein besonderes Event, bei dem du eine traumhafte Fantasiereise erlebst, geführt von meiner Stimme mit Tiefgang und meinem Klavierimprovisation Soldat in Piano. Wenn wir zusammen wirken, vereinen wir unser beider Herzensanliegen zu dieser wundervollen Energie und gestalten für dich das seelentiefe Hören. Das silbrig-schimmernde Mondlicht zickert durch die Äste und sprengelt die Baumstämme mit Lichtflecken. Einige Stämme sind mit Moos bewachsen, das der perlende Regen mit vielen Tropfen benetzt, die glitzernd das Mondlicht reflektieren. Das nasse Moos und der tiefdunkle Baumstamm geben einen intensiven Kontrast zu den funkelnden Regentropfen. Auf dem Waldboden bildet das Moos dicke, voluminöse Kissen, die einladend weich aussehen. In dir entsteht der Wunsch, eines dieser Moospolster genauer zu betrachten und zu befühlen. Das ist ein Wunsch, eines dieser Moospolster genauer zu betrachten und zu befinden. Das ist ein Wunsch, eines dieser Moospolster genauer zu betrachten und zu betrachten. Das ist ein Wunsch, eines dieser Moospolster genauer zu betrachten und zu betrachten und zu betrachten.